Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind fast fertig hier. Gott sei Dank. Also mit dieser Seite, dann fehlt immer noch die andere Seite. Die Reste dieses Berges hier machen auch einen Abgang ganz langsam. Und wir haben wieder schöne Schlafmusik. Dong, da machen wir einen Abflug. Können wir mal anfangen. Deck zu haben und die Treppe hier abzubauen. So, jetzt kannst du weiterarbeiten. Wobei, du komm mal her und mach auch das Stück Treppe weg. So. Sonst nachher haben wir vielleicht ein Problem, die Treppe ordentlich abzubauen. Als sie dich eh von selber wegbricht. Ach, das ist das Cleanup hier oben. Ja, das kann da bleiben. Hier ist noch ein kleines Loch zu stopfen. Während hier noch ziemlich gut was zu füllen ist. Und sie füllen es natürlich auf die doofste Art, die es geht. Aber was kann man da machen? Tonight Bricktrons. Man muss sie einfach lieb haben, auch wenn sie komische Arbeitsarten haben. Ja. Bestens schaffen sie es, den Bergkot abzutragen. Und wir haben ja auch schon viel geleistet mit ihnen. Gerade was die Seite angeht. Ich überlege, dass da vorher ein richtiges Tal war. Also es hier und hier runter ins Tal ging. Ja. So, du kannst erst mal da drüben arbeiten. Ein Feld ist hier noch zu füllen. Gott, wäre das schön, wenn Tageslicht wäre. Und wenn sie mit dem Schwachsinn aufhören würden, ey. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sozusagen. Wie ich mir das so vorstelle mit dem Holz. Sozusagen. Sozusagen.